Sie haben Post. Ich habe eine Postkarte bekommen aus San Francisco. Made my day und auf dieser Postkarte steht geschrieben. Lieber Florian, liebe Grüße aus Amerika. Es ist ein tolles Land mit atemberaubenden Landschaften, das sich auf jeden Fall zu reisen lohnt. Neuseeland natürlich auch. Dabei könnte der Kontrast fast nicht größer sein. Aus San Francisco, Maniac und Bats. Hier kann man sie nochmal angucken im Spiegelverkehr. Da ist sogar eine Amerika-Fahne oben drauf. Und da ist eine Briefmarke, wo USA draufsteht. Und da ist der ganze Text. Und da haben Maniac und Bats unterschrieben. Und nochmal andersrum. Ich hätte am liebsten auch ein Video gemacht, wie Hüpfen über bunte Blümchenwiesen. Und mich freue. Aber ich habe das Ladekabel für meine Kamera nicht gefunden. Und darum geht das nicht. Schade. Ich könnte anstattdessen auch auf meinem Bett rumspringen. Ich finde es total toll, dass ihr auch drauf eingeht, was man in den Videos gesagt hat. Ich habe mir die Antwortvideos von den anderen schon angeguckt und mir gedacht, wow, die müssen ja den ganzen Tag da rum gesessen haben und Postkarten geschrieben haben. Respekt. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Postkarte von der Seite ausliegt, ist die Postkarte nochmal von der Seite. Und von dieser Seite. Und natürlich von dieser und dieser. Diese Postkarte bekommt einen Ehrenplatz bei mir in meinem Zimmer. Vielleicht da, wo dieses Schild ist. Kommt doch nicht richtig zur Geltung, oder? Und wenn ich sie dahin mache, kann ich nicht mehr auf meiner Gitarre spielen. Hm. Naja, ich lege sie erstmal vor meinen Monitor, so lange bis ich mich entschieden habe, wo ich sie hinpacke. Liebst du nur, wenn ich euch eine Postkarte zurückschreiben? Aus... Das ist vielleicht weniger spektakulär. Wuppertal! Meiner... Heiwaldstadt. Ja, danke, Batz, danke, Maniac, für die liebe Postkarte. Bis demnächst.